Kennst du das? Du hast Fotos gemacht und irgendwie passen die vom Format nicht ganz, da fehlt so ein kleines Stück rechts oder links und eigentlich müsste das Foto noch ein bisschen breiter sein, damit es zum Beispiel ein Titelbild auf Facebook oder auf Instagram sein kann. Tja, und da gibt es jetzt eine Möglichkeit in Photoshop, nämlich Content-Aware-Stretch. Was das genau ist, zeige ich dir in diesem Video und ich möchte dich natürlich auch hier nochmal darauf hinweisen. Aktuell läuft die Adventskalender-Aktion, das bedeutet, jeden Tag kommt ein Video online, jeden Tag kommt eine Verlosung online und bei diesen Verlosungen kannst du ganz einfach mitmachen, indem du einfach nur einmal dich mit deiner E-Mail-Adresse auf meiner Webseite einträgst und dann bist du automatisch in jeder Verlosung bis zum 24. Dezember mit dabei. Heute gibt es zwei Jahreslizenzen zu gewinnen und zwar von Viewfinder. Viewfinder ist die App für Fotografen, für Landschaftsfotografen, wenn es darum geht, das Wetter vorherzusagen, zu gucken, wo auf welcher Höhe ist gerade Nebel, wo könnte morgen Nebel sein, wo könnte ich heute Abend noch Himmelsröte fotografieren und so weiter. Diese App wurde entwickelt von meinem geschätzten Kollegen Bastian Werner. Viewfinder ist also auf jeden Fall eine richtig coole App, kann ich dir nur empfehlen und heute, wie gesagt, kannst du eine von zwei Jahreslizenzen dafür gewinnen. Dabei jetzt ganz viel Erfolg und jetzt ganz viel Spaß. Ich möchte dir heute zeigen, wie man mit dem Content-Aware-Stretch-Tool arbeiten kann, beziehungsweise auf Deutsch heißt es einfach nur inhaltsbasiert skalieren. Das ist aktuell hier gar nicht auswählbar und es hat einfach damit zu tun, dass wir hier eine Hintergrundebene haben. Ja, es ist eine Ebene, wo hier auch dieses Schloss davor ist. Das kann man aber ganz einfach beheben, indem man jetzt hier einen Rechtsklick drauf macht und dann sagt Ebene aus Hintergrund. Dann bekommen wir ein Dialogfenster, wo wir einfach nochmal einen neuen Namen vergeben können. Und dann sagen wir hier einfach Ebene 0 und dann hat es hier auch kein Schloss mehr, es ist keine Hintergrundebene mehr. Und wir können jetzt unter Bearbeiten hier ganz einfach auch inhaltsbasiert skalieren auswählen. Wir müssen allerdings noch ein paar Vorbereitungen treffen. Und zwar möchte ich dieses Bild jetzt ein bisschen breiter machen. Ich möchte da zum Beispiel ein Quadrat draus machen, weil man könnte das ja zum Beispiel bei Social Media hochladen. Und da bräuchte ich jetzt angenommen mal ein Quadrat für. Jetzt werde ich erstmal hier anfangen, das Verhältnis hier zum Beispiel mal auf 1 zu 1 zu stellen, damit wir hier ein Quadrat haben. Und dann brauche ich also rechts und links hier jeweils noch ein bisschen mehr Platz. Und das müssen wir jetzt gleich füllen. Das bestätige ich hier einmal. Und jetzt haben wir wie gesagt rechts und links hier noch so ein paar Pixel, die halt einfach noch transparent sind. Ich könnte ja jetzt ganz einfach hier mit dem Transformieren-Tool arbeiten und das Ganze mit gerückter Shift-Taste hier weiter nach rechts und nach links aufziehen. Das Problem ist nur, dass wir dann die gesamte Landschaft und auch die Kirche hier unten einfach ans Breite ziehen. Und das sieht man ja dann auch relativ schnell. Und das möchte ich so ein bisschen verhindern. Vor allem möchte ich verhindern, dass die Kirche hier diese Dimension verliert. Und deswegen werde ich, bevor ich das jetzt überhaupt alles mache, mal eine Auswahl um die Kirche herum erstellen. Weil die möchte ich von dem ganzen Effekt beschützen. Dafür nehme ich jetzt hier einfach das neue Objektauswahlwerkzeug und ziehe dann hier einfach einmal so ein Quadrat oder beziehungsweise ein Rechteck um die Kirche einmal herum in der Hoffnung, dass Photoshop gleich die Kirche hier gut erkennt und eine perfekte Auswahl um eben diese macht. Und das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Diese Auswahl, die wir jetzt hier getroffen haben, die muss ich jetzt nur einmal abspeichern. Und dafür gehe ich jetzt hier auf die Kanäle-Palette. Das ist hier direkt neben den Ebenen. Da können wir die Kanäle hier anwählen. Und mit dieser aktiven Auswahl, die ich jetzt hier habe, klicke ich einmal hier unten auf dieses Symbol und erstelle mir damit einen neuen Alpha-1-Kanal. Und dieser Alpha-1-Kanal hat jetzt genau diese Auswahl hier als Maske gespeichert, die wir gerade eben gemacht haben, beziehungsweise als Kanal. Jetzt kann ich die Auswahl wieder aufheben. Dafür drücke ich einfach Command und D beziehungsweise Steuerung und D bei Windows. Und jetzt kann ich auch wieder zurück in die Ebenen gehen. Aufbearbeiten hier oben und dann Inhaltsbasiert skalieren anklicken. Und jetzt kann ich nämlich hier oben sagen, ich möchte bewahren. Und zwar Alpha-1. Das ist jetzt hier schon automatisch ausgewählt. Wahrscheinlich steht bei dir noch ohne drin. Aber ich kann jetzt hier diesen gerade eben erstellten Alpha-1-Kanal auswählen. Und das bedeutet einfach bewahren. Also ich nehme jetzt dieses ganze Bild, stretche es jetzt nach rechts und nach links. Aber diese Kirche, die bleibt von dem Effekt dann unbeeinflusst. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ich drücke wieder die Shift-Taste, damit wir hier tatsächlich wirklich nur nach links stretchen. Und jetzt sieht man schon, hier werden neue Pixel generiert. Aber die Kirche, die bleibt wirklich so, wie sie vorher war. Und genau das Gleiche machen wir jetzt hier auch einmal nach rechts. Zack. Auch hier werden jetzt wieder neue Pixel generiert. Aber die Kirche bleibt so erhalten, wie sie auch vorher wirklich war. Aber man sieht es jetzt hier an den Bäumen so ein bisschen. Die wurden so ein bisschen gestretched. Da werden dann auch neue Pixel teilweise generiert. Hier unten sieht man es ein bisschen doller. Da müsste man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen nacharbeiten. Mit dem Kopierstempel zum Beispiel. Hier auf der rechten Seite gefällt mir das relativ gut, was hier passiert ist. Auf der linken Seite ist es so, naja, aber es ist okay. Und schon haben wir im Endeffekt aus einem 3-zu-2-Format-Bild ein 1-zu-1-Format gemacht. Und die Kirche ist dabei völlig intakt geblieben. Also, falls du mal ein Bild hast, was du nach rechts, nach links, nach oben, nach unten irgendwie mal so ein bisschen noch vergrößern musst, ohne das gesamte Bild einfach nur zu stretchen, sondern nur bestimmte Bereiche, dann, wie gesagt, nutze einfach Content-Aware-Stretch, beziehungsweise auf Deutsch Inhaltsbasiert skalieren. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Ich brauche es immer mal wieder, dass ich meine Fotos mal so ein bisschen anpassen muss. Rechts mal ein bisschen mehr, links mal ein bisschen mehr. Vielleicht kannst du das Ganze auch irgendwie verwenden. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal der kurze Hinweis, die Adventskalender-Aktion. Trag dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse ein. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann bist du automatisch bei den Verlosungen mit dabei. Und heute, wie gesagt, Viewfinder-App Jahreslizenz gewinnen. Viel Erfolg und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020